Deutsche Börse haben wir vor einiger Zeit bei Chartside mit einem Zertifikat auch ins Depot reingenommen. Auf der Long-Seite versteht sich, denn wir haben zuletzt hier das deutliche Momentum auf der Long-Seite gesehen. Ich habe da noch so einen kleinen statistischen Trading-Ansatz, den ich da mit verfolgt habe, habe ich alles relativ genau erklärt für die Chartside-Abonnenten. Aber am Ende, wenn wir hier jetzt mal kurz auf die auf die Kursentwicklung schauen. Wir hatten in der letzten Woche eine etwas größere Korrektur gesehen, die jetzt schon fast wieder ausgebügelt ist. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir uns das nämlich charttechnisch anschauen, dann sehen wir hier erste Momentum-Aufwärtsbewegung, bullische Konsolidierung, zweite Momentum-Aufwärtsbewegung, bullische Konsolidierung. Ja, dann hatten wir hier noch mal so eine kleine Konsolidierung. Und jetzt haben wir eine Korrektur gesehen, die tatsächlich mal ein bisschen größer ausgefallen ist und die im Prinzip dieses Niveau hier getestet hat. Dieses alte Hoch, das können wir auch von hier drüben noch mal reinziehen. Ungefähr dieses Niveau ist getestet worden. Gefällt mir relativ gut. Bedeutet jetzt nämlich für mich, wenn wir die nächste Bewegung nach oben sehen, dann können wir hier mal ganz kurz drauf schauen. Wir hatten das hier als Korrekturbewegung nach unten. Wenn wir das hier oben drauf legen, kommen wir übers letzte hoch. Und übers letzte hoch heißt oft, hier kommen noch mal trendfolgende Händler mit dazu, die vielleicht noch ein bisschen Momentum auf der Oberseite bringen können. Der Grund für diesen schönen Schwung hier nach oben heute ist wahrscheinlich die UBS. Die UBS hat für die deutsche Börse das Rating geändert von Halten auf Kaufen und hat das Kursziel von 185 Euro. Die sind bisher davon ausgegangen, dass dieses Jahreshoch hier das entscheidende Niveau ist für die deutsche Börseaktie. Haben das Kursziel hier von 185 Euro angehoben auf 210 Euro. Man begründet das damit, dass man sagt, naja, man hat ein bisschen Sorge aufgrund dieser Simcoe-Übernahme, die hier gelaufen ist von der deutschen Börse. Da konnte man jetzt wohl viele Sorgen in Luft auflösen. Das sieht ganz gut aus. Transaktions- und Wachstumsaussichten für 2024 sehen auch gut aus. Die Aktie ist nicht teuer. Wir liegen hier bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18. Das ist historisch nicht besonders teuer für die deutsche Börse. Es kommen 2,2% Dividende dazu. Die Gewinnschätzungen, die sehen gut aus. Man geht also davon aus, dass es hier deutlich weitere Gewinne gibt. Und dementsprechend hat man jetzt dieses neue Kursziel und man sagt, wenn Simcoe hier schön konsolidiert wird und das alles gut Einklang findet hier im Unternehmen, dann hat man hier die neuen Kursziele von 210 Euro. Die gefallen mir per se ganz gut. Wenn wir uns das Ganze aber mal auf Dreijahresbasis hier anschauen und gehen vielleicht am besten noch mal kurz in den interaktiven Chart hier rein und gucken mal, wo die langfristigen Kursziele hier liegen könnten für die deutsche Börseaktie, dann kommen wir sogar noch eine ganze Ecke höher. Dann kommen wir hier nämlich in den Bereich 220 Euro. Ja, 210, da liegen wir ungefähr hier beim 161,8 FIP-Level. Das liegt bei knapp 210 Euro. Das ist also tatsächlich hier auch ein gutes erstes Kursziel. 220 wäre für mich das längerfristige Kursziel für die Aktie der deutschen Börse und darauf zielen wir auch ab mit unserem Trade bei Chartzeit. 1 2 1 3 1 3 1 4